Dieses Video kursiert momentan im ganzen Internet. Ein Elefantentrainer begibt sich schützend auf einen Baum und schnell wird auch klar wieso. Die zwei Nashörner fühlen sich anscheinend von dem verängstigten Mann bedroht, obwohl sich dieser bestimmt schon längst eingenässt hat. Als die Touristen das Spektakel filmen, versucht die Nashornmutter nochmal den Angriff, aber ohne Erfolg. Danach suchen sie gemeinsam das Weite. Dieses Erlebnis wird der Elefantentrainer sicher so schnell nicht wieder vergessen. Soll's für das hier stehen, bis zum Beispiel wiedersehen, was bei sich Und dann wäre es noch eine Nachfrage. Soll's für das gerade, wenn du da noch eine Nachfrage gehen kann?